raffel hüchchens realitätsfremde und heuchlerische forderung nach einer nullrunde bei der rentenerhöhung 2024 für 21 millionen rentner streit mit der bundesregierung eskaliert mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 die meine damen und herren ich habe gestern am 28 2 2024 ein video auf dem youtube kanal von rentenbescheid24 die e veröffentlicht dort hat ja der sogenannte rentenpapst und sozialökonom er nennt sich ja selber auch sozialexperte sozialexperte professor doktor bernd raffel hüchchen unter universität freiburg der hat dort seinen lehrstuhl uni freiburg für ökonomie und dieser typ hat ich muss es leider so sagen doch den grandiosen vorschlag gemacht dass alle rentnerinnen und rentner in deutschland doch für das jahr 2024 auf ihre rentenerhöhung verzichten sollen das heißt also nicht verzichten sollen sondern vater staat der gesetzgeber soll eine nullrunde einläuten warum 2025 ist zu erwarten dass es ein haushaltsloch von 25 milliarden euro gibt und da hat man natürlich nichts besseres zu tun als die rentnerinnen und rentner heranzubitten und zu sagen dann einfach mal auf eure renten verzichten auf eure rentenerhöhung verzichten und dann haben wir schon mal zehn jahren euro gespart das sagt ein ökonom meine damen und herren der im gleichen atemzug oder der praktisch letztes jahr irgendwann mal noch prognostiziert hat dass es dieses jahr fünf bis sechs prozent rentenerhöhung geben könnte hat er ja auch nicht so schlecht gefunden jetzt auf einmal kommt er mit dieser nummer bernd raffelhüchchen ist ja bekannt dafür dass er sehr eloquent ist dass er sehr charmant und mit guten worten und manchmal auch witzig auftritt und seine lebensweisheiten oder seine ökonomischen weisheiten in sachen rentepreis gibt das oftmals sind da auch dinge dabei wo man wirklich sagen muss mein lieber mann und dieser vorschlag das ist nichts anderes als neoliberaler abklatsch wo natürlich arbeitgeber präsidenten und irgendwelche typen vom isnm von dem sogenannten institut für neue soziale marktwirtschaft dahinter verbergen sich ja nichts anderes als neoliberale kräfte in unserem land die hände klatschen und sagen klasse endlich hat mal wieder einer dafür gesorgt dass man dass der sozialstaat abgebaut wird was anders steckt er ja nicht hinter meine damen und herren und jetzt kracht es auch richtig gewaltig die bundesregierung hält natürlich voll dagegen und sagt so geht es nicht lieber herr bernd raffelhüchchen bundeskanzler scholz hat den vorschlag einer nullrunde bei den rentnerinnen und rentnern in diesem jahr als realitätsfremd zurückgewiesen alle müssen sich mal vorstellen der bezeichnet diesen professor als realitätsfremd ich erkläre ihnen gleich auch in was für einen zusammenhang der freiburger professor für finanzwissenschaften bernd raffelhüchchen hatte zur bild am mittwoch gesagt also gestern die rentenerhöhung für dieses jahr sollten ausgesetzt werden das würde in der rentenkasse innerhalb eines jahres mehr als zehn milliarden euro sparen toller vorschlag der regierungssprecher der bundesregierung steffen hebestreit wie er wieder die idee ist ökonomisch widersinnig sie ist gesellschaftlich falsch und sozialpolitisch fatal dazu möchte ich auch gleich noch mal sagen meine damen und herren ich habe heute eine e mail bekommen und dort hat mir eine rentnerin ganz klar erklärt wenn das so umgesetzt würde würde die dame auf die straße gehen und es demonstrieren ich glaube da sind denn das wäre dann sozusagen der letzte schlag den die bundesregierung nicht mehr überleben wurde in diesem land arbeitsminister hubertus haye stellte klar die rentenerhöhung zum ersten juli wird kommen wir wissen natürlich noch nicht in welcher höhe so jetzt kommt aber das was der scholz kanzler scholz noch gesagt hat scholz bewertet den vorschlag nach worten hebestreiz als ein beleg dafür in welchem maße die lebenswelt eines professors mit der lebenswirklichkeit von 20 millionen rentnerinnen und rentner nicht in einklang zu bringen ist sei in der derzeitigen lage mit zu viel kaufzurückhaltung bei den renten zu sparen wäre auch ökonomisch unsinnig zu leben statt habe ich im übrigen heute auch auf rentenbescheid 24 die in meinem beitrag genau zu diesem thema auch gesagt was ist denn das für ein blödsinn seien sie mir bitte nicht böse herr professor doktor raffel hüschchen was ist denn das für ein unsinn den sie da erzählen im hinblick auf die rentenerhöhung wir brauchen doch kaufkraft in unserem land und 20 millionen rentnerinnen und rentner bringen doch auch kaufkraft das heißt also wenn da 3,5 oder 6 prozent mehr rentenerhöhung kommen sollte wir wissen es ja noch nicht dann wird das auch die kaufkraft schützen und auch die binnenkonjunktur die binnenkaufkraft letzten ende stärken glauben sie allen ernst ist wenn ich drei kommen wenn ich wenn ich den leuten sage sie kriegen die rentenerhöhung nicht was dann passiert zum einen gehen sie auf die straße dann kann es passieren dass auch in freiburg die bude brennt ja ich sag das jetzt mal so in plakativ gesagt dann kriegt daher professor möglicherweise auch noch mal richtig eins auf die mütze und dann zum zweiten würden die leute dann sagen wir mal wirklich nicht mehr nicht mehr zu real rewe und co gehen und wie sie alle heißen sondern würden ganz einfach dann noch mehr sparen das ist doch alles blödsinn meine damen und herren genauso bewertet das letzten endes der regierungssprecher hebestreit auch und sagt ganz einfach dass es ökonomisch absolut unsinnig ist meine damen und herren jetzt noch eine andere sache ja warum ich warum ich das auch für einen für eine unglaublich doppelmoralische und auch heuchlerische aussage halte was der raffel hüschchen da gesagt raffel hüschchen selber hat ein lehrstuhl in deutschland das professor er ist seit vielen jahren ziemlich bekannt hat immer gutes geld verdient hat sich sicherlich auch hier und da ein paar euro 50 zurückgelegt und als lehrstuhlinhaber eines einer professor ist man in der regel verbeamtet da der herr raffel hüschchen jetzt schon 66 jahr alt ist wird er wahrscheinlich wenn das so ist ich vermute dass so wird er eine pension bekommen und beamte und pensionäre und auch bundestags und auch minister unter auch der kanzler haben sich ja dieses jahr die inflations ausgleichsprämie gegönnt und bekommen auch noch eine entsprechende tarifliche erhöhung ihrer bezüge das ist so festgelegt das wäre ein unglaublicher skandal wenn unsere rentnerinnen und rentner auf ihre rentenerhöhung verzichten müssten hingegen der herr professor aus freiburg trotzdem höhere pensionen und einkünfte hat das ist doch ein skandal das ist das eigen der eigentliche skandal diese doppelzündigkeit diese heuchlerei und vor allen dingen auch diese auch darum das wissen darum dass die menschen durch solche nachrichten letzten endes auch total verunsichert werden also meine damen und herren auch an sie herr raffel hüschchen kann ich ihnen nur folgende sagen das ist die rote karte von rentenbescheid24.de ja hören sie bitte auf solche nachrichten zu verbreiten oder so ein ökonomischen unsinn in die welt zu setzen das bringt niemanden etwas es sorgt nur für schlechte laune bei rentnerinnen und rentnern und selbstverständlich auch bei mir und bei der bundesregierung meine damen und herren das soll es gewesen sein ich wünsche ihnen wie immer eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel